hallo na da sind wir wieder bei fifa 18 läuft bei frankie so heißt das spiel ist ein fifa 18 läuft bei frankie ja captain arrogance ist am start was geht ab die laune ist gemischt bis in den himmel ich habe mir jetzt mal überlegt ich bleibe einfach mal hier stehen und mache dann meine 10 ok ich auch vielleicht mal was cooles auf der rechten seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gott sei ich habe das sind die bäume die auf dem kilimanjaro wachsen und die sind runtergefallen das war der top spiel wir sehen uns gleich wieder da sind wir wieder freude anstoß hallo anstoß hallo anstoß so ich ja ich guck mal was heute so geht ja mal einiges möglich hier einiges einiges ich bin vor dir das muss man sich mal reinziehen ich bin vor dir und du kannst passen raffinierte pässe das war auch mein erster gedanke das war auch mein erster gedanke da würde ich noch mal ein erstes gespräch mit ihm führen ich habe gesagt der erste ist frei weißt du meine güte mit dem team kannst du auch schon wieder nichts anderes machen was war das jetzt allein mit deinem team ich als ob ich mich mit ruhm bekleckert das ist auch nur nur gegen elend ist das sein aber du musst mal ein bisschen ruhiger werden nee dein blutdruck oh man die der schwalbenkönig jetzt haben wir ihn entlarvt hier bestimmt ellbogen schlaf wenn wir in die zeitlupe zurückgehen dann können wir das bestimmt sehen wenn wir in die zeitlupe zurückgehen zurück in die zeitlupe alle talk machi ah nee mandy mandy selbst einstellen in die zeitmaschine zurück in die zeitlupe jetzt aber alle ein kopfgröße ich hab so zucken so ein linkes zucken auge regt mich gerade richtig auf oh der kommt natürlich auch an das heißt abseits und dir genau in die arme also was will man mehr aber kann man mein team ist toll ich habe spaß bestes spiel ja ich weiß was du weißt ja wie zur hölle ich frage ich frage gar nicht nach wurdest du noch nie im spiel getunnelt wurdest du noch nie so noch nicht ja so nicht einmal ist immer das erste mal du spinnermann was ist das für ne frage mann ich hab 3 meter beine natürlich wurde ich diverse male getunnelt du sprichst das hier gerade so aus und wie hat er den denn und wie hat er den denn und... ich zoome rand beim schneiden ich hab ne arrogance hier auf zack gespielt ja nur also warum die zeit läuft ja für mich ausgeglichen weißt du Gimbad Gimbad will mir hier was erzählen also meine beiden nach vorne die sind ja noch nicht so Ich hoffe, das sind beides Brasianer. Wenn nicht, dann mache ich mir Gedanken. Oh, Zuckerpass! Das kann ich eigentlich nicht. Jawoll! Ah, da möchte ich hier. Ich will einen anderen Jubel, Mann. Ah, ich kann auch einen anderen Jubeln! Hat er von alleine gemacht, du bist nur so weit gelaufen. Das war dein eigener Jubel, ne? Oh Mann, da war schon wieder Blockparty des Todes da. Ja, hast recht. Ja, hier, Nummer 14. Kupunkt Latschi. Oh, Latschi! Sagst du, der kann schießen. Ja, und Tor? Nein. Achso. Aber ich, ne? Ne, ist okay. War nur ein Wandschoss. Ja. Und ich krieg die in Konter und es... Na? Na? Latschi! So macht man den von Latschi. Machst du nur mit? Nicht... Ah, nee, wir mussten auch so... Nichts zu machen. Was will der Junge mir erzählen? Gut, dass ich mein Handy mal weggenommen hab da. Melson! Ja! Falsch aufgestellt. Alter, Melson. Manchester United hat, glaub ich, gerade angerufen. Ich würde mal hingehen. Alles klar. Verteidigung. Ui! Oh Marvin, also... Willst du wechseln? Ist das ein... Ist das ein fucking Ernst? Und was hätte das... Sein müssen? Leg ich mich mal weit aus dem Fenster. Hätte das wirklich sein müssen? Oh, Melson hier. Der spielt jetzt auf. Das ist eigentlich auch... Taktisch... Taktisch... Unclever von mir. Hohe Bälle zu spielen bei Koreanern. Die sind alle so 1,65. Damit rechnet keiner. Ah, meine Frisse! Das kann doch nicht angehen. So wäre ich... Egal was kommt, scheißegal. Array, komm rein. 48 Stärke, da bin ich dabei. Scheiß Ladekabel. Guck mal. Kurzpass. Hup. Ja. Längst du mich hier ab mit... Ui! Ich spiel. Hohe Bälle ist nicht gut. Zack, zack, zack. Toll. Und was am Ende? Ich hab so ne Nuri, die Flachform. Jetzt hab ich den Torwart. Danke. Halt's Maul. Natürlich. Was ist jetzt? Da kann ich... Du hast es vorhin gesagt. Die Grätschen haben immer zu spiel. Na vorne. Spiel jetzt. Ist gleich vorbei hier. Nach vorne und dann kommt so ein Kurzpass. Nicht den. Nicht den. Toll, danke. 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 Ich verliere dieses Spiel wieder. Nein, das Spiel einfach nur behindert ist. Einfach nur schlecht und scheiße ey. Ja. Lauf aufs Tor. Mach sein drittes. Ne mach lieber den Grätschen um. So zum Kotzen, Mann. Oh, Ecke. So zum Kotzen ey. Ja, mach deine Ecke noch. Hast noch ne Chance totzumachen. Komm doch. Darf ich eh die mitmachen. Na, Feuer ab. Ja, da geschehen. Dreckiger, Alter. Dreckiger ey. Dreckspiel. Guck dir die Pflaumen an da ey. Meine Fresse. Guck dir das an. Guck dir das an. 15 verkeckte Schüsse. Und dann unten dieses Mondgesicht, wenn ich den schon seh. Diesen E.O.N da. So. Das Spiel ist immer noch scheiße. Heil die Haare. Ja, das ist eh. So. So. So.